Hallo und guten Morgen. Danke an alle, die gestern noch beim Zoom dabei waren. Meine Güte, 73 Menschen. Wir werden immer mehr. Ja, heute ist meine Tageslektion, die 180, und da wiederholen wir ein paar Lektionen. Und mir ist ein Satz so richtig ins Herz gesprungen oder aus dem Herz ins Buch gesprungen, wieder zurück, wie auch immer. Aber durch Gnade lebe ich. Durch Gnade lebe ich. Weil mir Gnade zuteil wurde, lebe ich. Und ich gehe jeden Tag wieder durchs Leben und enthalte dir meine Gnade vor. Boah, mir ist das gerade so unangenehm zu merken, dass ich etwas in Hülle und Fülle geschenkt bekommen habe und es nicht weitergeben möchte. Und das vor allem, weil es ja eigentlich so nicht eigentlich ist, ist die größte Freude, diese Gnade weiterzugeben. Wir hatten das Wort Gnade hier schon öfter. Für mich ist Gnade die allumfassende Liebe, die durchdrungen ist von der Wahrheit, dass egal was ich tue, ich bedingungslos geliebt werde. Dass es nichts mehr an mir, an meinem Kern zu verändern gibt. Und alles, was der Nichtkern sich ausdenkt, was da quasi an seltsamen Eigenschöpfungen kreiert wird, das darf einfach da sein. Das interessiert die Gnade nicht. Die Gnade lacht über die seltsamen Ideen von uns. Dass jetzt einer hier weniger würdig sein könnte oder so. Selbst, dass ich jemandem meine Gnade vorenthalte, interessiert die Gnade nicht. Weil sie zieht sich nicht zurück, sie wird nicht kleiner. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl, sie wird größer. Weil ich brauche ja mehr Gnade, wenn ich ungnädig mit meinen Mitmenschen umgehe. Und der Punkt ist ja folgender. Wenn ich mit dir ungnädig bin, wie fühle ich mich dann? Wie fühle ich mich, wenn ich denke, Oh, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die das nicht kapiert, dass der das schon wieder fragt. Was macht das mit mir? Oh, jetzt fängt der schon wieder an mit dem Thema. Boah, irgendwie muss die sich mal weiterentwickeln. Ja, wie fühlt sich das an? Das ist eine, die will immer nur von mir nehmen. Wie fühlt sich das an? Ja. Und damit kann ich mal wieder mit einem ganz neuen Bewusstsein in den Tag starten. Es ist echt verrückt. Als ob irgendwie des Nachts ein kleiner Dieb kommt und all meine Gnade aus meinem Bewusstsein stiehlt. Und ich muss sie mir morgens immer wieder neu einpflanzen. Immer wieder neuen Samen setzen, damit ich den Tag über eine Gnadenpflanze hervorbringe. Oh, das ist ein schönes Bild. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir setzen heute Vormittag alle einen Samen in uns, der von Gnade oder aus Gnade besteht und von Gnade auch nur genährt und gedüngt wird, nichts anderes braucht außer unsere Gnade, dann können wir uns abends anschauen, wie die Pflanze in uns aussieht, wie groß sie geworden ist, wie sie sich ausgedehnt hat in uns. Und immer wenn wir eine Situation erleben heute, in der wir unsere Gnade, die wir ja sind und geschenkt bekommen haben, wenn wir sie weitergeben, dann wächst diese Pflanze in uns. Boah, das gefällt mir. Das mache ich heute mal. Und da wird uns auch wieder klar, warum uns so viel passieren muss oder entgegnen muss, dass sich erstmal so anfühlt, als sei es unserer Gnade nicht würdig, damit wir uns überhaupt erstmal wieder als Gnade erkennen können. Wenn mir den ganzen Tag nur Menschen begegnen, die selbst voller Gnade sind, kann ich meine eigene Gnade überhaupt nicht entwickeln, auspacken. Das ist dann viel zu einfach. Wenn ich die Gnade wirklich erinnern will, brauche ich Situationen, die ungnädig wirken, wo Gnade also benötigt wird. Na gut, dann will ich mal bei mir selbst anfangen. Mir selbst erstmal ein Gnadenbäumchen pflanzen und werde es dann in meine Richtung und in Richtung eines jeden Geschwisterkindes ordentlich düngen und wässern. mit meinem gnädigen Bewusstsein. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Tschüss!